Hi, willkommen bei Markenbaumarkt24. Mein Name ist Daniel und ich darf euch heute diese Bodeneinbauleuchte von Paumann vorstellen. Packen wir sie aus. Man sieht schon, die Oberfläche besteht aus Edelstahl. Das ist natürlich rostfrei und auch sehr widerstandsfähig. Es ist bis 500 kg Gewicht belastbar. Die Bodeneinbauleuchte hat ein LED-Leuchtmittel. Das ist sehr energieeffizient mit 1,2 Watt. Und dazu haben wir dann noch diesen Diffusor. Man könnte jetzt die Platte oben abschrauben. Ich lege das einfach mal so da drauf und dann bekommt man ein ganz weiches Licht von unten, je nachdem wie man es mag. Die Lampe selbst, also die LED selbst, hat 20.000 Stunden Laufzeit. Paumann gibt auf diese Lampe 5 Jahre Garantie und alle weiteren Informationen finden sich in der Beschreibung.